Rote Rosen, Starttermin für Einstieg von Hardy Krüger steht fest Schon im vergangenen September wurde verkündet, dass kein geringerer als Hardy Daniel Krüger, ehemals Hardy Krüger GR, die männliche Hauptrolle Ende 21. Staffel von Rote Rosen spielen wird. Jetzt teilte die ARD mit, wann der offizielle Staffelwechsel bei der langjährigen Deli-Novella erfolgen wird. Ab dem 24. März steigt er in Folge 3741 in die Serie 1 und wird dann zusammen mit Annette Roth, Sarah Masuch, im Mittelpunkt der neuen Staffel stehen. Die Krüger verkörpert Ralf Sobolter, der als leitender Staatsanwalt in seine Geburtsstadt Lüneburg zurückkehrt. Ralf wird als charmant, erfolgreich und womöglich begehrtester Junggeselle in Lüneburg beschrieben. Dies könnte er allerdings auch bleiben, denn Ralf liebt die Unabhängigkeit, außer, es läuft ihm die richtige über den Weg. Der 48-Jährige ist die Karriere leider hochgeklettert und war viele Jahre an der Staatsanwaltschaft Hannover beschäftigt. Nun sucht der Junggeselle in Lüneburg neue Herausforderungen. Ralf ist kein Kind von Traurigkeit und hatte über die Jahre viele Affären. Ernsthaft verliebt hat er sich aber nie wieder, nachdem ihm in jungen Jahren seine erste große Liebe das Herz gebrochen hat. Seitdem ist er vorsichtig geworden und hat sich eine harte Schale zugelegt. Ralf freut sich darauf, fortan wieder mit seinem alten Freund Matthias, Mocke Schneider, in der gleichen Stadt zu wohnen. Durch Matthias macht Ralf auch die Bekanntschaft mit Carla, Maria Fox, und Annette, Sarah Masoch. Die beiden unterschiedlichen Frauen wecken bei ihm Lust auf mehr. An Annettes Finger steckt jedoch Maltes Ring, und Malte, Markus Blum, ist und bleibt undurchsichtig. Als Ralf auch noch gegen Annette ermitteln muss, verkompliziert sich die Lage zusätzlich. Die Beweislage ist alles andere als klar und als Staatsanwalt muss Ralf Sobotta objektiv bleiben. Seine Gefühle für Annette stellen ihn allerdings auf eine schwere Probe. Die Dreharbeiten zu den neuen Folgen haben im November 2022 in Lüneburg begonnen. Neben Hardy Krüger ergänzen weitere neue Gesichter das Ensemble der langjährigen ARD-Serie. Darunter Renan Demilkan, Maurice Pawewski, Remo Schulze, Idealkanal und Anna Baddorf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017